Herzlich willkommen zur Astlepios Informationssendung. Darmkrebs ist bei Männern die dritthäufigste und bei Frauen die zweithäufigste Tumorart. Und international verglichen füllt Deutschland damit sogar einen Spitzenplatz aus. Dabei ist das Ironische daran, dass das Darmkarzinom die einzige Krebsart ist, die man durch Vorsorge verhindern könnte. Bei mir ist Privatdozent Dr. Thilo Schwandner. Er ist Chefarzt der Klinik für Allgemeine und Viszeralchirurgie an der Astlepios Klinik Lich in Hessen. Schön, dass Sie da sind, Herr Dr. Schwandner. Freut mich auch. Herzliches Grüß Gott. Ein bisschen angereist, gut durchgekommen. Ich freue mich auf unser Interview. Wunderbar. Sie behandeln ja sehr häufig Darmkrebspatienten. Warum erkranken so viele Menschen daran? Die Problematik des Darmkrebs ist sicherlich multifaktoriell. Es gibt verschiedene Ursachen, warum Darmkrebs entstehen kann. Vorweg sagen muss man, dass es darüber keine fundierten Studien gibt. Wir diskutieren das. Ursachen wie Übergewicht, vor allem der Lifestyle mit Ernährungsmangel und natürlich Bewegungsmangel, die Risikofaktoren der Polypen. All das sind Kategorien, die man nennen muss, die zum Darmkrebs führen kann. Und Sie haben es richtig gesagt, eigentlich sinken die Zahlen des Darmkrebses. Aber in Deutschland ist es tatsächlich im internationalen Vergleich nicht so. Wir haben eine Zunahme von Darmkrebs, sicherlich auch bei jüngeren Patienten. Und deswegen ist es immer ein brisantes Thema, über Darmkrebs zu reden. Und natürlich den Patienten zumindest mal die Angst vor verschiedenen Untersuchungen zu nehmen. Ja, ich möchte gerne noch mal bei der Lebensführung bleiben, denn da kann man ja vieles drüber lesen. Also Sie sagten ja schon, Rauchen, Übergewicht, Ernährung. Das Thema Fleisch spielt da auch immer wieder eine Rolle. Was hat der Fleischwärtsherr zu tun mit Darmkrebs? Es gab ja jetzt die große Schlagzeile in der Boulevardpresse, dass Fleisch gefährlich ist, dass Fleisch Krebs verursachen kann, vor allem auch den Darmkrebs. Die WHU hat hierüber eine Studie beschrieben, aber ich glaube, alles in Maßen, und das ist beim Darmkrebs tatsächlich auch so, alles in Maßen kann man allen Menschen zumuten. Ich glaube, dass ein normaler Fleischverkehr, ein normaler Fleischkonsum tatsächlich kein Problem ist für die Entstehung von Darmkrebs. Also auch ich als Arzt, als Mediziner, der sich auf Darmkrebs spezialisiert hat, beißt morgen noch in meine gute, leckere Bratwurst. Ja, das ist ja eine gute Botschaft. Ein Thema, das dabei ja auch häufig angesprochen ist, es geht zur Vorsorge. Geht zur Vorsorge, denn dadurch könnt ihr eine Menge verhindern. Wie verhält sich das damit? Das ist, glaube ich, unser Problem. Wir betreiben ja sehr viel Werbung für die Darmkrebsvorsorge. In Hessen zum Beispiel, da wo ich tätig bin, gibt es einen Märzmonat jedes Jahr, wo nochmal Extremwerbung dafür gemacht wird, für die Vorsorge von Darmkrebs. Sie hatten es auch angesprochen, Darmkrebs kann man heilen, wenn man zur Vorsorge geht, beziehungsweise wenn man die Vorstufe, nämlich die Polypen, früh erkennt und entfernt. Und die beste Vorsorge tatsächlich ist die Darmspiegelung, denn dort können Sie tatsächlich Polypen sehen und sie gleich in einer Sitzung entfernen als Vorstufe. Wir wissen medizinisch, dass Darmkrebs aus Polypen entsteht. Es gibt diese sogenannte Polypen-Darmkrebs-Sequenz. Da spricht man von einem Mittel so ungefähr von zehn Jahren. Das heißt also, während einer Darmspiegelung werden Polypen detektiert. Man kann sie entfernen und Darmkrebs kann nicht entstehen. Aber die Problematik ist folgende, dass sehr, sehr wenige Patientinnen oder Patienten diese Krebsvorsorge wahrnehmen. Ungefähr nur 20 Prozent. Woran liegt das? Ich glaube, es hat viel mit Angst zu tun. Es hat viel mit Angst zu tun, die Darmspiegelung tut weh, die Komplikationen in der Darmspiegelung, was man immer hört in Recherchen im Internet. Da gibt es ja immer die Szenariofälle, Darmkrebs kann man aber dadurch heilen. Und mir ist es ganz, ganz wichtig, diese Patientinnen und Patienten zu animieren, zur Vorsorge zu gehen. Es muss ja nicht jeder zur Vorsorge gehen, der keine Symptome hat. Das ist in der Leitlinie klar geregelt. Man sagt, dass Frauen ab 50 und Männer ab 55 ohne Symptome eine Vorsorge Darmspiegelung durchführen sollten. Bei Symptomen, wie zum Beispiel Blut im Stuhl, Bauchschmerzen, Stuhlunregelmäßigkeiten, natürlich zum Arzt gehen und der entscheidet dann, ob eine vorzeitige Darmspiegelung indiziert ist. Wie ist denn das Verhältnis zwischen Darmpolypen und Darmkarzinom, Darmkrebs? Wird aus jedem Polypen auch ein Krebs? Nein, nicht aus jedem Polypen wird Krebs. Aber man weiß, dass je mehr Polypen da sind, die Häufigkeit tatsächlich von Darmkrebs stark ansteigt. Und es gibt natürlich auch Vererbungen, die ja auch bei Krebs eine Rolle spielen. Und gerade beim Darmkrebs ist es ganz, ganz wichtig, das anzusprechen. Also wenn es eine familiäre Häufung gibt oder familiäre Erkrankungen hinsichtlich Darmkrebs, muss man da sehr sensibel sein. Wie läuft denn so eine Vorsorgeuntersuchung? Also heutzutage ist das sehr sensitiv und schonend. Man bekommt eine sogenannte Schlafspritze. Das heißt, man merkt während der Darmspiegelung eigentlich nichts. Der Darm wird vorher gesäubert. Das finden sehr, sehr viele Patienten als unangenehm. Also ein ordentliches Abführmittel wahrscheinlich. Dieses ordentliche Abführmittel, was getrunken werden muss. Das sind heutzutage zwei Liter. Es ist deutlich besser geworden. Auf einmal? Zwei Liter auf einmal? Ja, man trinkt das langsam. Man kann das mit Apfelsaft verdünnen und es ein bisschen angenehmer machen. Es ist kein Cuba Libre Cocktail. Punkt. Ich habe es auch schon getrunken. Es ist nicht so prickelnd. Das muss man sagen, aber man kriegt es runter. Aber das empfinden viele Patienten für unangenehm. Auch davor haben viele Patienten Angst. Wenn dies dann geschehen ist, geht man dann zur Darmspiegelung. Man hat seinen Termin. Man wird vorher aufgeklärt über Risiken etc. Die gibt es, aber die sind sehr, sehr selten. Das muss man ehrlicherweise sagen. Und dann bekommt man diese Schlafspritze. Und dann merkt der Patient eigentlich nichts mehr. Die meisten Patienten bekommen noch ein kleines Schmerzmittel dazu, sodass diese Darmspiegelung wirklich auch als sanft definiert werden kann. Der Arzt spiegelt dann den gesamten Darm ab. Es ist immer wichtig, dass auch jede Schlinge und jede Schleife intubiert wird. Also spiegeln heißt mit einer Kamera, nicht wahr? Das ist praktisch. Die meisten Patienten liegen in so einer Linkszeitenlage. Und dann wird quasi ein Schlauch eingeführt mit einer Kamera. Und der Arzt kann den Darm dann quasi am Monitor sehen und spiegelt den gesamten Dickdarm ab. Und man spiegelt immer bis zum Eingang des Dünndarmes. Und dann geht man langsam zurück. Dieses langsame Zurückgehen ist sehr, sehr wichtig. Denn dort sehen Sie eben auch versteckte Polypen hinter Falten, die Sie vielleicht sonst nicht sehen würden. Wenn der Arzt dann einen Polypen detektiert, wird dieser Polyp, wenn er nicht zu groß ist, in einer Sitzung mit entfernt. Er wird geborgen und dann feingeweblich untersucht, um auch zu sehen, dass es nichts Bösartiges ist. Und dann wacht man als Patient wieder auf. Dann wird ein Gespräch geführt mit dem Arzt. Es wird alles besprochen. Und der Patient kann nach Hause gehen und wieder richtig essen. Merkt er danach noch was von der Darmspülung? Ist da was wund? Tut da was weh? Blutet da was oder so? Also normalerweise, ich sage jetzt mal, in 90 Prozent der Fälle merkt der Patient nichts. Es gibt einige Patienten, die oftmals noch so ein bisschen Luft schildern im Darm, so ein bisschen Fladulenzen. Aber ich glaube, damit kann man ganz gut klarkommen. Und es ist wirklich sehr, sehr sanft geworden aufgrund dieser Kombination von der Gabe eines Schmerzmittels und dieser Schlafspritze. Sie hatten ja eben angesprochen, es kann in seltensten Fällen zu Komplikationen kommen. Was sind das für Komplikationen? Also es gibt tatsächlich Komplikationen, wie zum Beispiel die Darmperforation. Wenn praktisch durch diese Kamera, beziehungsweise durch diesen Schlauch, ein Loch dem Darm zugeführt wird, das ist dann quasi die schlimmste Komplikation, nämlich die müssen meistens operiert werden. Das merkt der Arzt relativ schnell. Und dann müssen die Patientinnen oder die Patienten tatsächlich notfallmäßig operiert werden. Aber das ist so selten. Und es ist im Vergleich zu früher noch viel seltener geworden, weil die Patientinnen und Patienten ja entspannt sind durch diese Schlafspritze. Der Arzt hat es also einfacher, weil der Patient schläft. Es ist für uns Ärzte immer schön, wenn der Patient schläft. Und zweitens ist es tatsächlich auch nicht so gefährlich, wenn man entspannt ist, wenn nicht keine muskulären Anspannungen da sind, um eben zwischen den einzelnen Schleifen mit der Kamera hindurch zu kommen. Wie oft sollte ich so eine Darmspiegelung machen? Also man empfiehlt die Vorsorgedarmspiegelung, ich hatte es schon erwähnt, bei Patienten ohne Symptome, ab 50 beziehungsweise 55. Wenn dort kein Polyp detektiert wird, wir haben also einen Normalbefund, es ist alles in Ordnung, dann schreibt die Leitlinie vor, nach 5 bis 10 Jahren wieder eine Spiegelung durchführen zu lassen. Und wenn es jetzt doch nicht reicht, die Darmpolypen zu entfernen bei der Spiegelung, wenn es also doch zu einer Operation kommen muss, wie läuft das dann ab? Dann wird der Patient notfallmäßig, wenn er zum Beispiel bei einem niedergelassenen Kollegen koloskopiert wird, also Darm gespiegelt wird, wird er in die Klinik gebracht und muss dort meistens, nicht in jedem Falle, es gibt auch sogenannte gedeckte Perforationen, die man nur mit einem Antibiotikum abheilen kann, aber in den meisten Fällen, wenn es eine offene Perforation ist, notfallmäßig operiert. Und wenn es jetzt um Darmkrebs geht, also wenn tatsächlich Darmkrebs operiert werden muss, weil es keine Vorsorge gegeben hat zum Beispiel, wie funktioniert diese Darmkrebs-OP? Bei der Darmkrebs-OP haben wir ganz standardisierte Techniken. Wir operieren heutzutage radikal, das heißt, wir nehmen alle Lymphknoten und die Gefäße des Darmes, des betroffenen Segmentes mit weg, um letztlich eine gewisse Radikalität zu gewährleisten. Das heißt nicht, dass radikal für den Patienten schlecht ist, sondern wir wissen, dass eben der Darmkrebs in Lymphknoten Absiedlungen machen kann. Und deswegen gibt es Standards, dass die Lymphknoten und die Gefäße in dieser Darm-OP, in dieser Darmkrebs-OP mit weggenommen werden. Gibt es da eine große Narbe oder machen Sie das minimalinvasiv? Es gibt beide Verfahren. Wir zum Beispiel in der Asclepius-Klinik in Lich operieren 80 Prozent minimalinvasiv. Das heißt, mit der Kameramethode, es ist die sogenannte Schlüssellochchirurgie, wie wir das bei der Gallenblase oder bei der Blinddarmentfernung in der heutigen Zeit kennen. Damit kann man 80 Prozent aller Krebsarten, aller Dickdarmkrebsarten tatsächlich entfernen. Das ist für den Patienten sehr schonend. Wir wissen, dass der Patient weniger Schmerzen hat, allein aufgrund der Größe der kleinen Narben. Der Patient ist schneller wieder mobil. Und das ist die Tendenz, dass man heutzutage minimalinvasiv operiert. Wir wissen aber auch aus Studien, dass die angesprochene Radikalität, weil das ist wichtig für den Patienten, eine gewisse Anzahl von Lymphknoten zu entfernen, mit dieser minimalinvasiven Methode, genauso gut geht wie mit der offenen Operation. Und das ist wichtig. Denn wir dürfen ja unsere Standards hinsichtlich dessen nicht verlassen, nur weil wir kleinere Narben und kosmetisch bessere Ergebnisse haben. Genau. Also die Treffsicherheit ist genauso groß. Sie sagen es. Vorstellbar wäre ja tatsächlich auch, dass der Patient danach schneller gesund wird, weil er vielleicht keine großen Bauchschnitte auch noch zu verarbeiten hat. Das ist sehr individuell. Wir sind ja heutzutage in dem sogenannten Fast-Track-Zeitalter. Das heißt, die Patienten bekommen sehr früh wieder Mobilisation, sehr früh ihre Mobilität. Die gehen am Abend, aber nach der Operation müssen die aus dem Bett. Da regen wir die Patienten auch an, beziehungsweise die Physiotherapie. Und sie bekommen sehr, sehr schnell wieder ihr gewöhntes Essen, sodass das auch bei der offenen Chirurgie gewährleistet ist. Aber man kann sagen, durch die wenigeren Schmerzen bei den Patienten sind die Patienten einfach mobiler. Das ist einfach so. Und, Entschuldigung, dass ich Sie noch unterbreche, heutzutage zählt natürlich auch die Kosmetik. Das ist einfach so. Ja, klar. Nun ist ja aber mit der OP die ganze Geschichte nicht vorbei, sondern der Patient lebt ja danach noch viele Jahre weiter, hoffen wir jetzt mal, und fragt sich sicherlich im Vorfeld, was wird sich da für mich ändern? Was wird sich denn für mich ändern? Also, für viele Patienten ändert sich was. Man muss natürlich sagen, dass der Darmkrebs nicht nur chirurgisch behandelt wird. Wir sind ja doch ein Orchester. Ich vergleiche das immer ganz gern mit dem Orchester und so erzähle ich das meinen Patienten auch. Nicht nur der Chirurg ist wichtig, natürlich sind wir essentieller Bestandteil, aber wir brauchen auch noch andere Partner im Team, um den Krebs und um den Patienten tatsächlich auch im Weiteren zu helfen. Wir brauchen einen guten Internisten beziehungsweise Onkologen, wenn eventuell eine Chemotherapie nötig ist. Wir brauchen auch einen guten Physiotherapeuten. Wir brauchen einen guten Gastroenterologen, eventuell auch die Psychologie, die wichtig ist. Wir brauchen gute Partner im Bereich der Rehabilitation, vielleicht eine gute Ernährungsberatung. Also alles das sollte in einem Orchester stattfinden. Das ist für mich sehr, sehr wichtig. Wichtig ist nur, dass einer, der in diesem Orchester mitspielt, das Zepter in der Hand hat. Denn der Patient braucht immer einen Ansprechpartner. Weil viele Patienten werden alleine gelassen und das ist nicht gut bei dieser Diagnose. Und wer ist dann der Ansprechpartner? Je nach Fall wahrscheinlich. Je nach Fall. Das kann auch der Hausarzt sein, das ist ganz egal. Wichtig ist, dass das Orchester miteinander spricht, wenn ich es mal so anschaulich nennen darf, und einer das Zepter in der Hand hat und dass das Orchester miteinander kommuniziert. Darmkrebs wird ja häufig in Verbindung gebracht mit einem künstlichen Darmausgang. In welchen Fällen muss das tatsächlich nachher auch so sein? Also man kann die Patienten am Anfang immer erst mal beruhigen. Darmkrebs heißt nicht gleich künstlicher Darmausgang. Es liegt letztlich an der Höhe, wo der Krebs entstanden ist. Wir unterteilen ja beim Darmkrebs einmal den Dickdarm, also das Kolon vom Enddarm. Und der Enddarm sind die letzten 16 Zentimeter. Beim Enddarmkrebs ist es tatsächlich so, dass man vorübergehend oder eventuell auch permanent, je nach Tiefe und Lage des Tumors, einen künstlichen Darmausgang braucht. Ansonsten, wenn am Dickdarm operiert wird, braucht man tatsächlich in den meisten Fällen keinen künstlichen Darmausgang. Vielen Dank für diese Informationen, Herr Dr. Schwandner. Und ich hoffe, auch Sie haben sich gut informiert gefühlt. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com-nachtvorlesung und auf YouTube. Werden Sie gesund!